Sagen Sie mal konkret, was Sie sich vorgenommen haben. Für die SPD ist wichtig, dass das ein Haushalt der Sicherheit wird. Das heißt sowohl Sicherheit nach außen. Wir wollen, dass die Bundeswehr unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen kann. Wir wollen aber auch soziale Sicherheit nach innen. Mit der SPD wird es keinen Sozialabbau in diesem Haushalt geben. Und es geht aber auch um Sicherheit des Standortes Deutschland, zum Beispiel im Bereich von konkurrenzfähigen Energiepreisen.